Steck ihn bloß nicht an. Geh mir von der Tasche hin. Geh mir doch ab hier hinten. Warte mal. Kann sich auch draufsetzen. Ja, er grunzt immer. Ja, ja, ja. Gute Stelle. Ich sag doch, der ist klasse. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Oh, ich könnte aber. Ja, er macht auch bei dir. Du stellst dich aber auch an. Lass ihn doch mal. Spann mal ein bisschen die Bauchmuskeln an. Lass ihn doch mal. Lass ihn doch mal. Ja. Ja. Platt. Ja. Grund. nichts.